Hallo ihr lieben liebenden und willkommen zur zweiten episode von fess wo sind wir beim letzten mal stehen geblieben ich euch erzählt was mit dem spiel so ein bisschen auf sich hat genau wir haben die erste tür mit vier würfeln gelöst geöffnet geöffnet ja geöffnet hat sich besser an und jetzt wollen wir hineintreten und schauen was uns dort erwartet ich habe das dumme gefühl wir müssen weiterhin würfel sammeln ja natürlich müssen wir weiterhin würfel sammeln aber es wird alles so wunderschön aussehen wenn wir würfel sammeln und da oben blinkt auch schon der erste mit freudiger erwartung dass wir ihn einsammeln dann wollen wir ihn nicht lange warten lassen den ersten haben wir doch schon das ging schnell ah nein ok dann machen wir es halt so gucken wir mal wie es hier aussieht nix auch nichts dann gucken wir doch mal was passiert wenn wir hier in die türen reingehen wir fangen mal mit der tür ganz links an eine raupe ich kann den raum nicht drehen was denn da an der wand ok da oben wird von kleinen männlein eine ein tier gejagt es wird erlegt und dann gekocht ja genau ok nächste tür ja ein stein deine kleine maus ok den raum kann man auch nicht drehen noch mehr steine oder wird eine angebetet mit ganz großen augen dann machen wir mit den räumen hier oben weiter ok ich versuche andauernd irgendwie was zu erzählen und das spannend zu machen aber für jemand der es nicht spielt ist vielleicht nicht so spannend ich genieße halt die atmosphäre und ja das gameplay was da alles dazu gehört ich hoffe ihr könnt das auch so ein bisschen genießen ich wünsche euch das zumindest weil das ist wirklich einmalig und wer mal von den standard spielen ein wenig weg mag der sollte sich fest auf jeden fall zu legen ist auch ein perfektes handheld spiel ok ganz kurz perfektes handheld spiel wenn ps vita hat fest ist ein pflicht kauf hier geht es weiter komm es vorsicht ja ich bin vorsichtig schwarze schwarze lösche schwarze schwarze tessi 123 schwarze lösche sind böse warum wir haben noch gar nicht gefaltet was passiert jetzt wenn ich jetzt okay das passiert alles klar ok notiz an mich war zu löscher böse die frage ist jetzt nur wo es hier weiter geht da war drin da war drin das geil ist halt auch wenn ich jetzt hinter so wie eben hinter diesem steingebäude hier stand dann dann hört man auch die musik gedämpft total abgefahren ok hier war ja die große tür also mehr hergekommen ja genau ok moment da ist da noch was oder also nochmal ganz nach oben na komm schon aber ich sehe in den haha da hat er den tetros stein eingebaut da war wohl jemand ein großer tetros fan aber ich sehe trotzdem nicht so genau wo es weiter gehen soll kann man in die läschereien nee oh nee oder das hier sieht aus wie ich jetzt im ersten moment gräber gesagt habe es können auch schlafstätten eventuell sein oder oder ich stehe bereits vor meinem ersten rätsel was ich nicht verstehe möchte ich nicht ausschließen ich kann hier drin auch nirgends wo die räume drehen merkwürdigerweise ok mal gucken ob es hier unten nein hier unten gibt es nichts mehr ok gut zu wissen ok auf die jungs kann ich auch nicht draufhupfen da ist noch mehr tetris sehr gut ja gehen wir mal zurück aber hier werde ich wahrscheinlich auch nicht viel finden können dafür habe ich zu wenig steine dafür erst recht da war im moment war ich hier schon überall ja hier konnte ich nicht weiter hoch aber ich kann auch hier noch weiter hoch oder doch da war das andere portal wo ich eben zuerst drin war über der tür steht auch was was ist denn großer oder kleiner das so sieht aus wie so eine mini mini map irgendetwas über sich ja ist klar sonst würde ich weiter kommen aber ist drin oder teile sind natürlich auch noch genau vier teile damit kann ich auch nichts anfangen und oben war ja nur das schwarze loch gewesen ich hätte es nicht ganz falsch liege da kann hoch dann ja das schwarze loch wenn ich da jetzt reingehen macht dann bin ich weg hmm warum fällt der denn da jetzt runter nein festhalten nicht runterfallen ist ja auch überall diese liaren dran sind finde ich irgendwie merkwürdig weil ich kann ja über die innenseite hier ohne weiteres dahin krabbeln oder hinlaufen näher gesagt nein 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 der kerl aber auch wer so stürmisch ist jetzt gucken wir hier unten doch nochmal der seite ist nix der seite auch nicht boah erster größerer raum und ich komme schon nicht mehr weiter ja das ist dezent peinlich aber hier wird nichts geschnitten oder ähnliches da müssen wir jetzt durch schilisch oder ist das heller geworden irgendwie oder oder an der moment wieso haben diese teils im hintergrund dieselben löscher und einsparungen oder aussparungen wie diese teile hier auf dem auf dem na auf der mauer da sind lauter tetris teil und hier auch und das war kein zufall das glaub ich nischt wahrscheinlich eingebrannt stein und sonnenbrand gekriegt das hat was mit den figürchen hier auf sich auf sich das ist vielleicht irgendwo in einer ganz bestimmten stelle stehen muss da zum beispiel da ist was und was bin ich mir ganz sicher und die verrät mir nix dort können wir ruhig mal einen tipp geben dass der so ein kleiner zippe klatscher ist das haben wir schon rauskommen ok hier gibt es hier 1 2 3 4 5 5 ja doch 1 2 3 4 5 ok und da ist auch so ein goldenes ding drumherum das heißt hier habe ich eigentlich schon alles raus was ausgeht wenn ich die beschreibung von durch verstanden ja dann ok dann habe ich hier umsonst rumgelungert dann gucken wir uns das ding hier doch noch mal an ging es hier unten noch ok dann schauen wir hier noch mal auf die karte ja hier fehlt uns noch nee da sind wir schon durch aber zu hause fehlt uns noch einiges wie es aussieht gut um so genau da bin ich im moment und da fehlen mir noch zwei räume beziehungsweise ah ne die fehlen mir nicht die kenne ich schon aber da habe ich noch nicht alles entdeckt was zu entdecken gibt da wollen wir doch gucken ich muss noch mal schauen ja das war glaube ich einer der räume oder ist damit diese geheimkammer gemeint weil die habe ich ja schon entdeckt meine güte oder ich habe was übersehen jedenfalls hat der raum keine goldenen umrandungen die müsste er haben laut definition wenn ich dort alles geknackt hätte aber da steht auch geheim da steht es auch oh oh hier muss aber auch noch mal irgendwas sein ich kann ja mit diesen ganzen ah moment und Hm. Hm. Ah, Quatsch. Da an dem Ding kleben lauter kleine Zettel mit Tetris-Zeichen drauf. Beziehungsweise mit Schriftzeichen dieser Sprache, den der große ominöse Würfel gesprochen hat. Raus und... Hm. Ne, da hab ich... Das hier... Das stört mich irgendwie, das hier so... Leerer Raum. Genau. Passt irgendwie nicht. Hm. Und ich guck mich da noch... Ja, ich geh da noch hin. Nein, das war... Oh. Ja. 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 Hier seht ihr... Authentisches... Ich hab nicht die leiseste Ahnung, was ich tue. Aber ich tue es mit Leidenschaft. So soll das sein. So. Sind wir da? Sind wir da? Da... Gibt's auch noch einen Geheimgang? Hätte mich gewundert, wenn nicht. So, jetzt gehen wir nochmal ganz nach da oben. Und dann schauen wir uns da nochmal um. Irgendwie müssen wir die Kieselsteine ja hier zusammen kriegen. So. Ja. Da sehen wir auch schon die erste verschlossene Tür. Und ich meine, wir haben auch noch eine verschlossene Tür. Ja, da nix wie hin. Und ich meine, wir haben auch noch einen Schlüssel übrig. Leuchtturm. Wow. Ja, jetzt haben wir doch hier ein bisschen was. Schön. Eine Leiter? Das Wasser? Echt jetzt? Achso, falsch ins Wasser fallen. Ja, alles klar. Ja. Kann bei mir gut passieren. Und da haben wir auch schon Verwendung für eine Schlüssel. Sehr schön. Eine Truhe und ein Würfel. Ah, das ist ein Träumchen. Schatztruhe. Ähm. Schatzkarte. Tatsache. Aha. Na gut. Ja, ja. Kommen wir schon. War kein Stress hier, ja? War kein Stress hier, ja? Ja. Ah, hier geht's auch weiter. Oder? Aha. Okay. 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 da waren es noch zwei und einer aber hier beim leuchtturm doch da hinten ist der andere ich habe da nein geht es mit der fallhöhe muss noch muss ich immer üben nein 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 dann fall wenigstens was da komme ich an den entran über da hinten ist schon wieder so ein komischer stein ah nummer 5 wo war der stein denn mich mal genauer angucken kann der was kann ich gerade so da hinten ist aber auch noch was da im hintergrund da oben ist eine tür da muss man durch den leuchtturm durch ok verstehe da oben und 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 Oh oh, wahnsinnige Löcher, nicht gut. Schnell zum nächsten. Ein Drehkreuz. Okay. Cool. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ah. Boah. Das man da keinen Drehbogen kriegt, aber hallo. So, Steine gab es aber keine, oder? Also ich habe zumindest keine gesehen. Haben auch keine Paddingen gemacht. Gucken wir, was es hier drin gibt. Ui, neue Rätsel. Nein. Aha. Ja, genau. Okay, was auch immer diese Zeichen zu bedeuten haben. Oh, das sieht, oh, das sieht auch wieder nach jeder Menge Rätsel aus. Und eine Straight Arrow nach oben. Aber, ich würde sagen, perfekt für einen kleinen Cut, beziehungsweise das Ende dieser Episode. Tut mir ein bisschen leid für das Rumgehänge am Anfang, aber manchmal, ja, denkt man halt, ein Raum ist mehr, als er tatsächlich ist. Und Gomez schläft schon wieder. Ach, der Kerl ist hellig. Habt Dank fürs Zuschauen und, ja, bleibt geschmeidig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.